Okay, es geht schon. Es geht schon. Da. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überpass. Ich kenne beide Seiten. Oh. Verstehe es wie du willst. Okay, dann an die Arbeit. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist wunderschön. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Was war das? Ich weiß nicht. Das war gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Austrinken. Warum steht das Pilz im Wald? Weil Tannenzapfen. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Oh nein, das war falsch. Warte, zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Was hast du denn da? Verschwinden es da. Böw! 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 Was ist denn da drüben? Was wurde hier gemacht? Sie nannten es Abfertigung. Hier entschied sich, wer rein durfte und wer nicht. Manchmal ließen sie nicht alle aus einer Familie durch. Was passierte dann? Was glaubst du denn? Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben sie auch mal geritten? Toll. Da stehe er. Wie nennt man einen... ... ... ... ... ... ... Okay. Du liest also gerne. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaub ich. Dann weiter so. Na komm. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Insgesamt fünf von vier Leuten können nicht rechnen. Fünf von vier Leuten. Ich hab mich nächtelang gefragt wo die Sonne hin ist. Dann dämmert es. Na bitte. Bingo. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf gehst kann ich das Brett bewegen. gut. Ich schaff den Sprung nicht. Ich vermisse Kaffee. Und jetzt doch. Okay. Ich vermisse Kaffee. 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 Okay. Okay. Ja, okay? Na, Joel. Ich vermisse Kaffee. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Ich vermisse Kaffee. Ich vermisse Kaffee. Wow. Wow, unglaublich. Eine Kulisse. Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich... Oh, krass. Harte Strafe. Harte Strafe. Ich vermisse Kaffee. Ich vermisse Kaffee. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ich vermisse Kaffee. 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 Oh Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Na bitte. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Ich hab' in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten, oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaub, wir müssen aus der Stadt raus. Los! Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich hab' den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Weihnacht. Tut mir echt leid wegen... vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommen wir her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll's ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir müssen weg. Das ist jetzt vermutlich nicht hier. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, ähm... Ich hab' versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Okay. Cool. Das würde Ellie gefallen. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ja, ich hab' nen Schlüssel mal. Und woher hast du den? Er war'n umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier, Ellie. So. Wie alt bist du? Ich? 14. always cool. Wie alt bist du? Ich bin aufgeteilt, oder? Nein. Ich bin aufgeteilt.